Die Akademie Hohe Herren von der Akademie, Sie erweisen mir die Ehre, mich aufzufordern, der Akademie einen Bericht über mein ethisches Vorleben anzureichen. In diesem Sinne kann ich dieser Aufforderung leider nicht nachkommen. Leid zu fünf Jahren trenne ich vom Affentum. Eine kurze Zeit, vielleicht am Kalender gewesen, doch unendlich lang durchzugaloppieren, so wie ich es getan habe. Streckenweise begleitet von den vortrefflichsten Menschen, Ratschlägen und Orchestralmusik. Doch im Grunde allein. Denn diese Begleiter hielt sich, um in Bindel zu bleiben, weit von der Barriere. Diese Leistung wäre mir unmöglich gewesen, hätte ich einzig nicht festhalten wollen an meiner Herkunft. An dem auch immer noch in meiner Jugend. In eingeschränktem Sinne kann ich Ihrer Anfrage vielleicht doch nachkommen. Und ich tue es sogar mit sehr großer Freude. Es wird für die Akademie nichts wesentlich leicht vertragen. Und weit, weit hinter dem zurückliegen, was von mir erwartet worden ist und was ich beim besten Willen nicht sagen kann. Immerhin. Es soll die Richtlinie sein, auf welcher ein gewesener Affe in die Menschheit angetrunken ist und sich dort festgesetzt hat. Doch sogar das geringfügigste dürfte ich nicht sagen, wäre ich mir meiner nicht vollkommen sicher und wäre meine Stellung auf allen großen Marietébühnen der zivilisierten Welt nicht bis in die Unerschütterlichkeit gefestigt gewesen. Überblicke ich meine Entwicklung und ihre bisherigen Ziele so klar wie ich werde noch bin ich zufrieden. Im Ganzen Im Ganzen habe ich erreicht, was ich erreichen wollte. Und man soll nicht sagen, es wäre mir nicht wert gewesen. Im Ganzen Ha ha Im Übrigen Erwürdig 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 Im Übrigen möchte ich keines Menschen urteilen. Ich bin nur keine Musiker und ich bin nur der Richtlinien So, wir auch in den Hohen Herren von der Akademie.